Was ist ein Kampf in der Gemeinschaft? Es ist gewann ein Kampf in der Gemeinschaft. Im Gehirn? Im Gehirn, ja. Die Kommunisten hatten einen ganzen Einfluss in der Sacheorganisation und gefehlt. Die Mehrheit des Komitees waren aktiv, stark, diszipliniert und bekommen die Kontrolle der Organisation. Und einer ist in der Gemeinde Kadima. Als wir noch einmal haben, bald noch einmal, sind als Sach-Bundisten gekommen in Melbourne. Alle wurden diszipliniert, aktiv und loyal zu der Organisation. Man hat einen Kampf gegen den Kommunisten geführt. Und man hat sich ausgeworfen, von der Gemeinde und von der Sache der Organisation. Das ist interessant. Es gibt einen weltlichen Jitschiff. Es gibt keinen religiösen Jitschiff, für den wir im Gebäude. Und ein weltlicher Jitschiff ist gewann von den Kommunisten. Es gibt einen Zienisten, linkgestimmten Zienisten und Volksmenschen und die Nachfolger der Kommunisten. Was ist interessant? Die Bundeskommunisten sind gewann sehr aktiv in der Kahila. Sie waren aktiv in drei Institutionen. Kadima, jüdische Schule und in der Welfare Society. Der Hilfsfonds. Der Hilfsfonds. Sie waren sehr aktiv. Die Kommunisten von der zweiten Seite sind nicht gewann verintensiert in jüdischen Institutionen. Sie waren mehr verintensiert in der Labour-Party. Sie haben einen größeren Einfluss mehr in der Labour-Party. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dem jüdischen Sozialismus. Der Sozialismus ist weg. Die Jüdischkeit ist geblieben. Bei den Kommunisten. Es gibt auch jüdische Sozialisten. Aber der jüdische ist weg. Sie sind mehr verintensiert in weltlicher Politik. Es ist gewann eine Sache jüdischen, was es eben gewann mehr der Länder zu den Kommunisten. Es ist gewann ein Senator von dem australischen Parlament. Es ist gewann ein Jüd, Sam Cohen. Er ist gewann ein Senator von der Labour-Party. Aber es ist mir und mir verstanden als ein Kommunist. So ist gewann die Einfluss. Es ist gewann ein Kampf in der Labour-Party in den 1950er Jahren. Bis wann es gewann eine Spaltung in der Partei. Und die Antikommunisten, mehr der Katholiken sind weg. Die mehr Kommunistischen sind geblieben. Aber später sind sie auch gewann. Sie sind gewann. An sich mit den Kommunisten. Sie sind gewann. Sie sind gewann. Sie sind gewann. Sie sind gewann.